Weltweit Wandern ist einer unserer Partner im Bereich der Fotoreisen. Bettina, was hat Weltweit Wandern bewogen auch Fotoreisen zu veranstalten? Also vor allem die Nachfrage von den Kunden. Es ist beim Wandern natürlich mehr Zeit zu fotografieren, aber sich jetzt auf die Fotografen zu spezialisieren, ist auf jeden Fall, war jetzt in den letzten Jahren immer mehr Wunsch auch von unseren Kunden und jetzt mit der Kooperation von der Wiener Fotoschule ist es natürlich eine gute Möglichkeit gewesen, dieses Produkt jetzt neu auf den Markt zu bringen und ich denke, das wird auch in Zukunft dann der volle Knaller. Unser Motto lautet ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort, das heißt Licht wird berücksichtigt und ich glaube auch diese lokale Ausrichtung der Bergführer, das heißt in Marokko gibt es zum Beispiel ein ganz tolles Team, bringt natürlich in die Fotografie auch neue Impulse. Ja auf jeden Fall, also jetzt wenn man jemanden mitnimmt, der sich auskennt und genau weiß zu welchem Zeitpunkt man wo sein muss, damit man gute Fotos machen kann und mit unseren Bergführern, die natürlich die Orte wissen, wo schöne Szenen fotografiert werden können, glaube ich ist das eine ganz gute Kooperation und man wird sicher für unsere Kunden und für den Fotografen dann richtige Szenen finden und gute Suggeste zu fotografieren.